Ich weiß was, Albert E. erklärt, das alte Ägypten. Hallo, 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 kennt ihr mich noch? Ich bin Albert, Wissenschaftler, Erfinder, Gelehrter, Forscher und absolut albertistisch-albertissimistischer Denkologe. Ich weiß was, ja, ich weiß sogar eine ganze Menge. Aber Alleinwissen ist langweilig, also habe ich was mitgebracht von meinem Wissen. Heute rächen wir eine Meise, äh, Quack, heute machen wir eine Reise. Eine Reise in ein fernes Land und in eine ferne Zeit. Wir machen also eine Doppelreise. Wir reisen in die Vergangenheit. Wir setzen uns in eine Zeitmaschine und flitzen Tausende von Jahren zurück. Und wir reisen Tausende von Kilometern nach Süden, also der Sonne entgegen. In dem Land, das wir dann erreichen, ist es meist sehr heiß. Und es gibt dort genug Sand, um alle Sanduhren der Welt Millionen von Jahren nachgehen zu lassen. Kleiner Scherz, Sanduhren können gar nicht nachgehen. Sie können höchstens nach Rieseln. Also weiter. Es gibt am Ziel unserer Reise noch viel mehr Ungewöhnliches. Das Land, um das es hier geht, ist ein Land, das euch sehr gefallen dürfte, weil alle Bücher dort... Haltet euch fest. Comics sind... Ja, im Ernst, Comics. Die Schrift besteht aus Bildern. Naja, die Bilder sind allerdings nicht ganz so wie Bilder heute. Sie heißen auch anders. Sie heißen Hieroglyphen. Schon mal gehört? Das Hieroglyphenland liegt am längsten Fluss der Welt. Was irgendwie lustig ist, weil es dort doch so viel Sand und Wüste gibt. Totale Gegensätze also. Aber das macht es gerade so spannend. Jetzt kommt aber die Auflösung, denn jetzt sind wir da. In Ägypten. Ägypten ist ein Land im Nordosten Afrikas. Schon vor ungefähr 7000 Jahren war das Land bewohnt. Damals gab es allerdings viel, viel weniger Ägypter als heute. Sie lebten in kleinen Gruppen zusammen, in Dörfern. Die meisten von ihnen waren Jäger, Fischer und Bauern. Weil sich über viele Jahre das Wetter änderte und es in Nordafrika immer wärmer wurde, trockneten große Gebiete aus. Die Wüste Sahara entstand. Im Landesinneren wuchs kaum noch etwas, weil es viel zu wenig regnete. So zogen die Bauern an die Ufer des Nils. Der Nil ist der längste Fluss der Welt. Er durchfließt ganz Ägypten von Süden nach Norden und mündet an Ägyptens Küste ins Mittelmeer. Am Nilufer war das Land noch grün und fruchtbar. Und so sammelten sich immer mehr Menschen in den Flusstälern und errichteten große Siedlungen, die zu Städten heranwuchsen, mit Häusern aus Lehmziegeln, Tempeln und prächtigen Palästen. Der Nil machte die Ägypter reich. Das Land an seinen grünen Ufern wurde regelmäßig von Flusswasser überschwemmt. Wenn sich das Wasser wieder zurückzog, hinterließ es schwarzen Schlamm. Die Menschen, die am Nilufer siedelten, lernten schnell, dass dieser Schlamm sehr fruchtbar war und sich hervorragend eignete, ihre Felder zu düngen. Sie bauten Gemüse und Getreide an. Und ihre Ernten waren so gut, dass sie nicht nur die Bauern und ihre Familien ernährten, sondern auch für viele Menschen reichten. So konnten neben den Bauern, Jägern und Handwerkern neue Berufe entstehen, wie wir sie auch heute kennen. Lehrer, Künstler, Ärzte, Viehzüchter, Wissenschaftler, Friseure, Soldaten, Händler, Musiker, Juweliere, Schreiber und Beamte. Die Ägypter entwickelten schon damals eine Schrift, die Kunst der Mathematik und einen Kalender. Und sie errichteten gigantische Bauwerke, die Pyramiden. Für etwa 3000 Jahre war das alte Ägypten der mächtigste und bedeutendste Staat am Mittelmeer, mit einer der größten Kulturen der Vergangenheit. Regiert wurden diese vielen Menschen von einem König, dem ägyptischen Pharao. Das Wort Pharao bedeutet großer Palast, denn dort wohnte der Herrscher der alten Ägypter. Der eigentliche Name eines Pharao durfte damals nicht ausgesprochen werden, weil man Angst hatte, damit den Zorn der Götter auf sich zu ziehen. Der Pharao war nämlich nicht nur der Herrscher und König des ägyptischen Volkes. Man dachte, er sei gleichzeitig der Stellvertreter des Gottes Horus. Das war der Sonnengott, den die alten Ägypter verehrten. Und als sein Stellvertreter regierte der Pharao das Volk und hielt die göttliche Ordnung aufrecht. Bevor die Pharaonen herrschten, gab es einen König in Oberägypten im Norden und einen in Unterägypten im Süden des Landes. Als beide Teile des Landes vereinigt wurden, machte man aus den zwei verschiedenen Kronen dieser Landesteile eine einzige Krone. Seitdem trug der mächtigste Mann des Landes, der Pharao, eine Doppelkrone, die Pshent hieß. Außen sah man die rote Krone Unterägyptens. Sie umschloss den Kopf des Pharao und ragte vom Nacken über den Hinterkopf weit nach oben. Sie umschloss die weiße oberägyptische Krone, die ein bisschen wie eine lange Bommelmütze aussah. Die Doppelkrone zeigte an, dass der Pharao der Herrscher über ganz Ägypten war. Er trug sie, wenn er auf seinem Thron saß. Sonst trug er das blaugoldene Nemeskopftuch, das die Strahlen der Sonne vor blauem Himmel darstellte. Als weiteres Zeichen seiner Macht hielt der Pharao einen Herrscherstab und eine Peitsche in den Händen. Und er trug einen unechten Bart an seinem Kinn, der mit einer Schnur befestigt war. In der Vorstellung der Ägypter trugen die Götter solche Bärte. Der falsche Bart des Pharao sollte zeigen, dass auch er so etwas wie ein Gott war. Zu seinen Pflichten gehörte, das Land vor Feinden zu beschützen, Recht zu sprechen und dafür zu sorgen, dass die Götter zufriedengestellt werden. Keine leichte Aufgabe. Denn sie sah vor, dass der Pharao als einziger Gottesdienste abhalten durfte. Da es aber sehr viele Menschen in Ägypten gab und das Land sehr groß war, ernannte der Pharao Oberpriester, die das für ihn übernehmen konnten. Wenn es Krieg gab, zog der Pharao als Oberbefehlshaber des Heers mit seinen Soldaten in den Kampf. Der Titel Pharao wurde von dem Vater auf seinen Sohn vererbt. Aber nicht auf irgendeinen Sohn, sondern auf den ältesten Sohn des Pharao und seiner Hauptfrau. Hauptfrau? Ja, ein Pharao hatte meistens eine Hauptfrau, die große königliche Gemahlin. Er durfte aber auch weitere Nebenfrauen heiraten und Geliebte haben. Von seinen vielen Frauen bekam der Pharao auch meist viele Kinder. Pharao Ramses II. soll angeblich mehr als hundert Kinder gehabt haben. Wie sollte man da den Überblick behalten? Und was war, wenn er mit der Hauptfrau keinen Sohn, sondern nur Töchter bekam? Oder der Pharao-Vater starb und sein Sohn noch viel zu jung war, das Land zu regieren? Schauen wir doch mal, wie es bei Pharao Tutankhamun war. Einige Forscher vermuten, dass das Kuddelmuddel um seine Thronbesteigung folgendermaßen vonstatten ging. Als Tutankhamuns Vater Echnaton unerwartet starb, war sein Sohn Tutankhamun, der sechs ältere Schwestern hatte, erst vier Jahre alt, also viel zu jung, um mit anderen Herrschern zu verhandeln oder gar in den Krieg zu ziehen. Seine Mutter lebte auch nicht mehr. Also dachte seine Stiefmutter, es wäre am besten, wenn sie Pharao werden würde. Sie versuchte, sich mit einem ausländischen Herrscher zu verbünden, um noch mehr Macht zu bekommen. Dazu wollte sie einen Sohn dieses Herrschers heiraten. Damit war aber die älteste von Tutankhamuns sechs Schwestern, Merithaton, nicht einverstanden, denn sie wollte selbst an die Macht. Sie ließ den ausländischen Prinzen und die Stiefmutter töten. Und manche Forscher vermuten, sie wurde dann wirklich selbst Pharao. Andere Forscher sind aber der Meinung, Semench Kare, ein Halbbruder Tutankhamuns, hätte sie geheiratet und er habe dann als Pharao regiert. Was auch immer stimmt, sicher ist, dass es nur wenige Jahre dauerte, bis Echnatons Nachfolger starb und schließlich doch Tutankhamun zum Pharao gekrönt wurde. Er war zu dieser Zeit zwar immer noch ein Kind von noch nicht einmal zehn Jahren und hatte daher letztendlich nicht viel zu sagen. Priester, hohe Beamte und der Heerführer führten für ihn die Staatsgeschäfte. Auch Tutankhamun saß nur rund zehn Jahre auf dem Thron. Dann starb auch er auf rätselhafte Art und Weise. Als Pharao hat er keine großen Taten vollbracht. Und trotzdem ist Tutankhamun einer der bekanntesten Herrscher des alten Ägypten und noch heute weltberühmt. Das liegt daran, dass ein Grab von Grabräubern verschont blieb. Mehr als 3000 Jahre nach seinem Tod, im Jahre 1922, fand der Engländer Howard Carter sein Grab, das voller kostbarer Schätze war. Zu der spannenden Geschichte, wie das sensationelle Grab des Tutankhamun entdeckt wurde, kommen wir später noch einmal. Wie wir eben bei dem Machtgerangel um Tutankhamuns Thron gehört haben, gab es auch Frauen, die Interesse hatten, Pharao zu werden. Manche regierten als große königliche Gemahlin gemeinsam mit ihren Männern. Einige andere Frauen wurden aber auch Alleinherrscherinnen. Mindestens vier Frauen haben als Pharao allein regiert. Die erste, von der wir wissen, heißt Nefru Sobek. Die bekannteste Pharaonin ist Hatschepsut. Sie vertrat zu Anfang nur ihren Stiefsohn Tutmoses III., der zu jung war, selbst Pharao zu werden. Sie regierte dann aber 21 Jahre alleine und trug, wie auch die männlichen Pharaonen, den Zeremonienbart. Deshalb wird sie auf alten Bildern mal als Frau und mal als Mann abgebildet. Es gab in den 3000 Jahren der Blütezeit des Altagyptischen Reichs Hunderte von Pharaonen. Von vielen wissen wir so gut wie gar nichts. Andere kennt man heute noch. Das liegt daran, dass sie zu ihren Lebzeiten etwas noch nie Dagewesenes taten. Sie bauten Pyramiden. Pharao Djoser ließ von seinem Baumeister Imhotep die erste Pyramide erbauen. Die sah noch nicht so aus, wie wir Pyramiden kennen, sondern sie bestand aus fünf großen Stufen. Ungefähr so wie eine Pyramide aus Legoklötzen. Aber trotzdem war sie schon riesig und vor allem etwas Neues. Solch einen prächtigen Bau hatte es vorher noch nie gegeben. Warum aber ließ der Pharao ein so großes Bauwerk errichten? Wollte er darin wohnen? Nein, zum Wohnen war eine Pyramide nicht gedacht. Der Pharao lebte mit seinen Frauen und Kindern und einer großen Anzahl an Dienern in einem Palast. Dieser Palast war aus Lehmziegeln errichtet und die Wände in seinem Inneren waren bunt und kunstvoll bemalt. Aus Stein waren nur die Gräber reicher Menschen, Tempel und eben die Pyramiden. Denn Stein war für die alten Ägypter das Material für die Ewigkeit. Sie glaubten daran, dass ihr Leben nur eine kurze Zeit dauert und das richtige Leben für sie erst nach dem Tod beginnt, dafür aber ewig dauert. Dieses ewige Leben stellten sich die alten Ägypter ähnlich vor wie ihr bisheriges Leben. Damit die Toten es dort für die Ewigkeit so bequem und angenehm wie möglich hatten, gab man ihnen aus ihrem Hab und Gut viele praktische Dinge mit ins Grab. Das Grab war für die alten Ägypter nicht einfach der Ort, an dem man eine Leiche begrub. Es war so etwas wie das Haus für das nächste Leben. So wie man gelebt hatte, wurde man auch begraben. Arme Leute hatten kleine, einfache Gräber. Die Gräber reicher Menschen waren groß, aus Stein und prächtig bemalt. Bevor die ersten Pyramiden errichtet wurden, ruhten die toten Pharaonen in unterirdischen Steingräbern, ausgestattet mit allem Luxus für ihr nächstes Leben. Pharao Djoser wollte nicht unter der Erde begraben werden. Er wollte näher an der Sonne und den Göttern sein. So ließ er sich bereits zu Lebzeiten ein riesiges Grabmal aus Stein über der Erde errichten. Die Stufenpyramide. Über die Stufen wollte der Pharao Djoser nach seinem Tod zum Sonnengott Reh aufsteigen. 80 Jahre nach ihm ließ sich Pharao Snufru gleich drei Pyramiden bauen. Die erste war ebenfalls eine Stufenpyramide, hatte aber acht Stufen und war größer als die von Djoser. Die zweite Pyramide ist ihm missglückt. Sie wurde krumm und schief und ist heute als Knickpyramide bekannt. Aber Snufru ließ sich nicht entmutigen. Sein drittes Grabmal sollte noch größer und prächtiger werden als die beiden davor. Und dieses Mal klappte es. Die aus roten Steinen erbaute Pyramide wird die erste wirkliche Pyramide mit glatten Seiten und geraden Kanten. Die Pyramide von Snufrus' Sohn, Pharao Cheops, wurde allerdings noch größer und prächtiger. Sie ist die größte ägyptische Pyramide und sie ist wirklich perfekt konstruiert. Ihr Eingang zeigt genau nach Norden. Ihre Seiten sind exakt gleich lang und ihre Grundfläche ist so groß wie neun Fußballfelder. Sie ist so hoch wie ein Hochhaus mit 45 Stockwerken. Zur Zeit ihrer Erbauung war sie komplett mit glattem, weißem Sandstein verkleidet. Heute ist dieser Sandstein nicht mehr da. Er wurde im Mittelalter abgeschlagen und als Baumaterial für Stadtmauern und Tempel benutzt. Die Cheops-Pyramide, die auch große Pyramide genannt wird, zählt zu Recht zu den sieben Weltwundern. Und wundern kann man sich wirklich über die Pyramiden. Bis heute ist noch nicht herausgefunden worden, wie die alten Ägypter es schafften, diese riesigen Steinmonumente zu errichten. Wie viele Steinblöcke man da brauchte. Wissenschaftler haben errechnet, dass in der Cheops-Pyramide zweieinhalb Millionen Steinblöcke steckten. Ein Steinblock wiegt ungefähr 2,5 Tonnen. Das ist so viel wie zwei Autos zusammen. Wie soll eine solche Menge unglaublich schwerer Steine transportiert werden? Darüber rätseln auch heute noch die Wissenschaftler. Kräne gab es damals noch nicht. Deshalb wurden die Steinblöcke allein von Menschenkraft bewegt. Zuerst mussten sie aus einem Steinbruch herausgeschlagen und zu gleichmäßigen glatten Blöcken bearbeitet werden. Die wurden dann auf großen Holzschlitten zur Baustelle transportiert. Und dann wurden sie nach genauen Bauplänen übereinander verbaut. Je höher die Pyramide wurde, desto schwieriger wurde das. Man vermutet, dass Rampen aus Ziegelsteinen rings um die Pyramide errichtet wurden, um die Blöcke nach oben zu ziehen. Zum Schluss wurde die Pyramide mit den glatten weißen Steinen verkleidet und mit einer goldenen Spitze verziert. Für diese anstrengende Arbeit wurden jede Menge Bauarbeiter benötigt. 30.000 Menschen bauten jedes Jahr an der Cheops-Pyramide. Es gab viele verschiedene Berufe. Architekten, Steinmetze, Vermesser, Maurer und Arbeiter, von denen viele Bauern waren. In der Zeit, in der der Nil über die Ufer trat, konnten sie nicht auf ihren Feldern arbeiten und dann halfen sie beim Bau der Pyramide. Dafür bekamen sie Essen und Kleidung. Sogar Bäcker, Köche und eine Brauerei gab es direkt an der Baustelle. Denn die vielen Helfer mussten versorgt werden. Gewohnt haben die Arbeiter übrigens auch direkt an der Baustelle. Für sie wurden extra Häuser aus Lehmziegeln gebaut. Trotz der vielen, vielen fleißigen Menschen dauerte der Bau der Cheops-Pyramide 30 Jahre. Zum Glück lebte der Pharao so lange. Als Cheops starb, war die Pyramide fertig. Wo genau in diesem riesigen Steinberg sollte nun aber der tote Pharao bestattet werden? Auch daran hatten die Baumeister natürlich gedacht. Während die Steinblöcke aufgeschichtet wurden, hatte man im Inneren Gänge angelegt und kleine Räume geschaffen. Ganz versteckt, tief im Innern der Pyramide, lag die Grabkammer des Pharao. Bevor man Cheops in sein Grab bettete, musste sein Körper aber erst für die Ewigkeit haltbar gemacht werden. Der Pharao wurde zu einer Mumie. Achtung, liebe Freunde und Denkologen, jetzt wird's gleich ein bisschen gruselig. Gleich erklärt euch Philipp nämlich, wie so ein gestorbener Pharao mummiert wurde. Na, wie heißt das gleich? Muzi-mimifiert. Nein, mumifiziert wurde. Aus Wissensbüchern wisst ihr vielleicht schon, wie das ist, wenn zum Beispiel ein Tier tot ist. Dann fängt der Körper an zu zerfallen. Er löst sich auf und verschwindet. Irgendwann bleiben von dem Tier nur noch die Knochen übrig. Knochen sind ziemlich gut haltbar. Tja, so ist das mit der Verwesung. Beim Menschen wie beim Regenwurm. Draußen liegt ein toter Regenwurm. Drei Tage später sieht er aus wie ein trockenes Gummiband. Und nach ein paar Wochen ist er ganz verschwunden. Diedeldumm. Er ist komplett verwesst. Ein Wesen ist gewesen. Muss verwesen. So ungefähr. Kleiner Albert-Merkvers. In Ägypten, zur Zeit der Pharaonen, wollten Spezialisten unbedingt verhindern, dass der Pharao nach dem Tod Tschüss sagt und irgendwann nur noch seine Knochen zurückbleiben. Also wurde der Körper des toten Pharao präpariert. Nicht repariert, sondern präpariert. Da wurde alles rausgenommen, was er als Mumie nicht brauchte. Mumien brauchen eine ganze Menge nicht, kann ich euch sagen. Und zu den Dingen, die rausgenommen wurden aus dem Körper, gehören viele Organe, die der Mensch zum Leben unbedingt braucht. Leben ist ja was anderes als Tod. Ja, und dass die Ägypter damals beim Mumifizieren Organe aus dem Körper rausgenommen haben, das muss euch nicht gruseln. Ihr seid ja Wissenschaftler. Und Wissenschaftler gruseln sich nicht, die forschen. Also, setzt mal die Forscherbrille auf. Ja, Philipp, wir sind soweit. Starb ein Pharao, wollte man verhindern, dass sein Körper verfällt, weil man glaubte, dass der tote Mensch ihn in seinem zweiten Leben noch brauchen würde. Das Haltbarmachen des toten Leibes nennt man, wie Albert gerade schon gesagt hat, Mumifizieren. Und es war ein sehr aufwendiges Verfahren, das rund 70 Tage dauerte und nur von Priestern durchgeführt werden durfte. Zuerst wurde der Körper des Toten gewaschen. Dann wurde er aufgeschnitten und die inneren Organe bis auf das Herz wurden entnommen. Magen, Darm, Leber und Lunge würden sonst als erstes verwesen. Deshalb wurden die Organe mit Salz eingerieben, denn Salz entzieht die Flüssigkeit. So wurden die Organe getrocknet und danach einzeln in schön bemalte, verschließbare Tonkrüge, die Kanopen, gelegt. Auch das Gehirn wurde entfernt. Das wurde aber nicht aufgehoben. Die alten Ägypter hielten es für unwichtig. Das Herz hingegen galt als Ort des Denkens und Fühlens und blieb deshalb als einziges Organ in der Mumie. Der Körper des Toten Pharao wurde auch mit Salz getrocknet. Nach etwa 40 Tagen wurde er dann mit verschiedenen duftenden Baumharzen und Ölen eingerieben, mit Stoff- oder Sägespänen gefüllt und mit sehr langen, mit Harz getränkten Stoffstreifen in mehreren Schichten umwickelt. Diesem Harz haben die Mumien übrigens ihren Namen zu verdanken. Das Wort Mumie kommt vom persischen Wort Mumia und bedeutet Bitumen oder Erdpech. Bitumen ist schwarz und klebrig. Heute werden damit Straßen gebaut. Als man die ersten Mumien fand, dachte man, dass auch die Mumien damit einbalsamiert wären, eingeschmiert mit Mumia. Dabei war wahrscheinlich nur das Harz im Laufe der langen Zeit dunkel geworden. Trotzdem hielt sich der Begriff Mumia und alle eingewickelten und balsamierten Toten nannte man von da an Mumien. Allerdings gab es im alten Ägypten nicht nur so kunstvoll eingewickelte Mumien. So eine langwierige und teure Behandlung konnten sich nur reiche Leute leisten. Arme Menschen, und das waren die meisten Ägypter zu dieser Zeit, wurden meist einfach nur in Tücher gewickelt und im heißen Wüstensand begraben. Die Hitze und der trockene Sand trockneten die Körper genauso gut aus wie die teure Mumifizierung. Hunderttausende dieser einfachen Mumien fand man viele hundert Jahre später im Wüstensand. Im Mittelalter glaubte man, Mumien könnten als Medizin verwendet werden. Mumia, also eigentlich das Erdpech, galt damals als Heilmittel. Da es aber selten und teuer war, nahm man einfach Stückchen von Mumien und machte daraus Medizin. Noch Anfang des letzten Jahrhunderts hatten auch bei uns viele Apotheken eine eigene Mumie. Mumien fand man keinesfalls seltsam oder gar eklig. Es wurde nur mumifiziert, wer einem besonders viel wert war. Die alten Ägypter liebten und verehrten Katzen. Sie waren heilige Tiere und durften nicht getötet werden. Manche reiche Menschen ließen deshalb sogar ihre verstorbene Katze mumifizieren. Katzenmumien wurden dann mit etwas Spielzeug oder ein paar Mäusemumien begraben und fanden ihren Platz später neben der Mumie ihres ehemaligen Besitzers. Zurück zum toten Pharao Cheops. Als seine Mumie nach etwa neun Wochen endlich fertig war, wurde sie in einen wunderschön bemalten Holzsarg gelegt, bekam eine Totenmaske und konnte nun bestattet werden. Nach einer prunkvollen Feier im Totentempel zogen die Priester den Sarg mit der Mumie durch die engen Gänge, die beim Bau der Pyramide angelegt worden waren, bis in die Grabkammer. Dort stand ein weiterer Sarg aus Stein, der Sarkophag. Dieser große Steinsarg war mit Inschriften versehen und der hölzerne Sarg wurde in ihn hineingestellt. Dann wurde der Sarkophag mit einem schweren Steindeckel verschlossen und die kostbaren Grabbeigaben wie Möbel, Schmuck und Lebensmittel und die Mumien der Lieblingskatzen des Pharao wurden in der Kammer abgelegt. Auf ihrem Rückweg aus der Pyramide verschlossen die Priester den Gang zur Königskammer mit schweren Blockiersteinen, damit der Herrscher dort ungestört blieb. Damit war alles getan, um ihn in die Ewigkeit zu geleiten. Den Rest musste der Pharao alleine hinkriegen. Eine gut erhaltene Mumie allein reichte nämlich für ein ewiges Leben nicht aus. Nach dem Glauben der alten Ägypter musste der Tote erst noch vor ein Totengericht treten und beweisen, dass er zu Lebzeiten ein guter Mensch gewesen war. Das Totengericht war eine Sache der Götter. Es war der Totengott Anubis, der dem Verstorbenen seine menschliche Gestalt wiedergeben sollte. Anubis führte den Toten in die Gerichtshalle, wo die Göttin Maat, die Tochter des obersten Gottes Reh, schon wartete. Maat war zuständig für die Weltordnung, für Wahrheit und Gerechtigkeit und hielt Gericht über die Toten. So prüfte sie, ob der Verstorbene ein guter Mensch gewesen war, indem sie sein Herz, deshalb musste er es bei der Mumifizierung auch behalten, auf ihrer Waage wog. Das Gegengewicht war eine Feder. Die zeigte an, ob jemand ein gerechtes Leben geführt hatte oder nicht. War das Herz schwerer als die Feder, hatte der Verstorbene ein schlechtes Leben geführt. Zur Strafe, armer Kerl, wurde er dann von einem Ungeheuer verschlungen. War das Herz so leicht wie die Feder und die Waage im Gleichgewicht, konnte der Tote in die Ewigkeit eingehen. Die alten Ägypter hatten viele Götter. Einige von ihnen wurden als Menschen dargestellt. Manchmal erschienen diese Götter aber auch als Tiere. Oder, auch das gab es, als Mensch mit einem Tierkopf. Anubis, der Totengott, wurde zum Beispiel mit einem Hunde- oder Schakalkopf dargestellt. Der Wassergott Sobek hatte einen Kopf wie ein Krokodil. Die Göttin Hathor, die Göttin der Kunst, der Musik und des Tanzes, trug Stierhörner, manchmal aber auch einen Kuhkopf. Tord, der Gott der Weisheit und der Wissenschaft und Schutzgott der Schreiber, hatte den Kopf eines Ibis. Ein Ibis ist ein Vogel mit gebogenem Schnabel. Die Göttin Sachmet, die als Göttin des Krieges, der Krankheit, aber auch der Heilung galt, hatte einen Löwenkopf. Schnum war ein widderköpfiger Gott der Zeugung und Geburt. Und es gab sogar eine Katzengöttin, Bastet. Zu ihr beteten die Frauen, wenn sie sich ein Kind wünschten. Denn Bastet konnte für die Menschen Gutes tun. Reh, schließlich der Sonnengott und Vater aller Götter, hatte den Kopf eines Falken. Er war zusammen mit Amun, dem Wind- und Fruchtbarkeitsgott, der wichtigste Gott Ägyptens. Der Gott Aton wurde nicht als Tier oder tierköpfiger Mensch verehrt, sondern in seiner Erscheinung als Sonne. Für Pharao Echnaton war Aton so wichtig, dass er alle anderen Götter vernachlässigte und den Sonnengott Aton zum Hauptgott erklärte. Aton war für ihn eine Weiterentwicklung des wichtigsten Gottes Reh. Und so ließ Echnaton während seiner Herrschaft alle anderen Götter verbieten. Das gefiel vielen Menschen gar nicht. Sie kannten es so, dass es für alle Dinge des Lebens eigene Götter gab, und so sollte es bleiben. Aber Echnaton, in dessen Name auch der Name des Gottes Aton steckt, war unerbittlich. Er ließ sogar die Namen anderer Götter verbieten. Nachdem Echnaton gestorben war, erlaubte sein Nachfolger, der Pharao Tutanchamun, dass die alten Götter wieder wie vormals verehrt und angebetet werden durften. Tutanchamun änderte sogar seinen Namen. Eigentlich hieß er nämlich Tutanch-Aton, was lebendes Abbild des Aton bedeutete. Er benannte sich aber in Tutanchamun um. Er war nun also das lebende Abbild des Amun. Damit zeigte er, dass ihm die alten Götter genauso wichtig waren wie dem Volk. Und dafür liebten ihn die Ägypter. So, meine lieben Denkologen, jetzt wendet euch mal an den Gott des summenden Kopfes, den großen Alberton, und widmet euch einer Denkologenfrage. So viele Götter hatten die Ägypter. Und die Ägypter waren nicht das einzige Volk, das für alle möglichen Dinge einen eigenen Gott kannte. Habt ihr aufgepasst? Da war zum Beispiel ein Sonnengott, ein Fruchtbarkeitsgott, ein Totengott mit Schakalkopf, ein Gott mit Ibiskopf für die Weisheit, einer mit Krokodilkopf für das Wasser, ein Katzengott, einer mit Kuhkopf für Kunst, Musik und Tanz und vermutlich auch für lackierte Fingernägel. Kleiner Scherz. Aber mit Göttern soll man nicht rumscherzen. Könnt ihr euch denken, weshalb die Menschen vor so vielen tausend Jahren so viele Götter hatten? Habt ihr da eine Idee? Weshalb so viele? Wie wäre es damit? Die Menschen damals lebten in einer Welt, die ihnen total rätselhaft war. Vieles, was wir heute verstehen, mithilfe der albertastisch-albertistischen Wissenschaften, war damals ohne Erklärung. Vieles, was wir heute längst verorscht, ups, ich meinte erforscht haben, war damals mysteriös, geradezu pyramidös mysteriös und noch dazu tut ench amös unbekannt. Um sich Dinge zu erklären, die man wissenschaftlich noch nicht verstand, wurden Götter zu Hilfe genommen. Die Wissenschaften heute können längst nicht alles erklären und vielleicht werden sie das auch nie können. Aber damals war die Welt für die Menschen noch sehr viel rätselhafter als heute. Heute wissen wir, was passiert, wenn eine Pflanze wächst und aus einem grünen Feld mit lauter kurzen Grashalmen ein Weizenfeld wird, dessen Ähren dicke Körner für Brot liefern. Und wir wissen, was zu tun ist, damit das Weizenfeld richtig gut wächst und die Körner dick werden. Und man betete zu den Göttern und bat sie um eine gute Ernte. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Die Menschen damals dachten in vielem ganz anders als wir heute. Das muss man im Kopf haben, wenn man in die Vergangenheit blickt. Alles klar? Aber wie lebten die Menschen damals eigentlich? Hören wir mal weiter zu. Jetzt haben wir viel von den Pharaonen gehört. Aber das waren ja nur die Herrscher. Unter ihnen lebten natürlich sehr viele einfache Menschen. Die Gesellschaft war ähnlich aufgebaut wie eine Pyramide. Unten gab es eine große tragende Schicht aus Bauern und Handwerkern. Über ihnen stand die etwas kleinere Gruppe der Kaufleute. Darüber wieder die Beamten. Dann wieder eine kleinere Anzahl von Schreibern, die wichtige Positionen inne hatten. Darüber standen nur noch die Priester. Sie bildeten die kleinste Gruppe. Denn an der Spitze der Pyramide gab es nur noch eine einzige Person. Das war der Pharao. Alle Menschen in Ägypten standen unter seinem Befehl. Vom Palast des Pharao habt ihr schon gehört. Aber wie lebten seine Untertanen? Alle Menschen, Arme wie Reiche, wohnten in Häusern, die aus Lehmziegeln hergestellt wurden. Diese Lehmziegel konnten sie selbst herstellen. Man nahm einfach Schlamm von den Ufern des Nils, stampfte ihn weich und vermischte ihn mit Steinchen und Stroh. Diese Mattschmischung wurde in rechteckige Holzformen gefüllt und in der Sonne getrocknet. Schon hatte man Ziegel für den Hausbau. Die meisten Häuser waren recht einfach, hatten vier Wände und ein flaches Dach, das ebenfalls zum Wohnen benutzt wurde. Es war so etwas wie ein Zimmer für den Abend. Abends, wenn es kühler wurde, war es sehr angenehm, auf dem Dach zu sitzen oder zu schlafen. Im Haus schlief die ganze Familie in einem einzigen großen Bett. Mutter, Vater und alle Kinder, und die alten Ägypter hatten viele Kinder, teilten sich eine große gemauerte Liegefläche mit Bastmatten. Sehr gemütlich und kuschelig, aber bestimmt auch manchmal ganz schön warm und eng. Die meisten Häuser hatten wenige kleine Fenster, damit die Sonne nicht hereinschien und es im Inneren kühl blieb. Draußen gab es noch einen kleinen Hof oder Garten. Hier wurde auch gekocht. Wasser aus dem Wasserhahn gab es damals noch nicht. Die ärmeren Menschen holten das Wasser in Krügen oder Eimern aus Leder von Wasserstellen. Lag ein Dorf nicht in der Nähe des Nils, sondern weiter in der Wüste, musste das Wasser mit Eseln dorthin gebracht werden. Man lagerte es in großen Gefäßen, bis es gebraucht wurde. Reichere Ägypter hatten große Grundstücke, die mit einer Mauer begrenzt waren, einen eigenen Brunnen und Häuser mit mehreren Etagen. Die Wände ihrer Häuser wurden mit Kalkstein verputzt. Das heißt, die Mauern waren außen glatt und schön. Auch hier gab es nur wenige Fenster in den oberen Etagen. So kam wenig Hitze und Staub ins Haus. Der kühlere Nordwind konnte aber hinein. Diese Häuser der Reichen hatten eine Empfangshalle für Gäste, mehrere Wohnräume mit aus Lehmziegeln gemauerten Bänken, und ein großes Schlafzimmer. Auf den Bänken oder Podesten ruhten sich die Menschen zwischen bunten Kissen und reich bestickten Tüchern und Decken aus oder trafen sich zum Spielen. Während arme Ägypter auf dem Boden saßen und ihre Mahlzeiten einnahmen, hatten die Reichen oft Möbel aus Holz oder geflochtenem Schilf. Sie besaßen Stühle, Tische, Sessel, Truhen und Kästen und manchmal auch große Betten, die dann auf das Schlafpodest gestellt wurden. Manche von ihnen hatten außerdem einen großen Garten mit schönen Pflanzen, einem Teich mit Fischen oder einem Swimmingpool. Um den kümmerten sich dann die vielen Angestellten oder Diener, die in eigenen Wohnräumen am Rand des Grundstücks lebten. Dort befanden sich auch Viehställe, Arbeitsräume und Werkstätten der Bediensteten und die Küche. Besonders reiche Ägypter hatten sogar Bäder mit Toiletten. Das konnten sich aber wirklich nur sehr wenige Leute leisten. Alle anderen Menschen gingen zum Waschen und Baden an den Nil. Wenn sie mal mussten, machten sie in Eimer mit Sand oder gingen an den Rand ihres Dorfes, wo die Wüste begann. Die Häuser der Reichen hatten außerdem kunstvoll bemalte Wände. Farbenprächtige Bilder zeigten Blumen und Pflanzen, aber auch Szenen aus dem Alltag. Von Überresten dieser Wandbemalungen und besonders von den Wandbildern in den Gräbern reicher Ägypter hat man viel über deren Leben erfahren. Zum Beispiel sieht man, welche Kleidung man damals trug. Die einfache Kleidung der Männer bestand aus einem um die Hüften gewickelten weißen Tuch, dem Schurz. Der Schurz reichte vom Bauch bis zu den Knien oder den Waden. Der Rest des Körpers blieb nackt. Frauen trugen einfache, meist ebenfalls weiße Trägerkleider. Entweder liefen die Menschen barfuß oder trugen Sandalen, die aus festen Blättern und Gräsern geflochten wurden. Wer sich teurere Schuhe leisten konnte, trug Sandalen aus Leder. Und die Kinder? Bis zu ihrem vierten Lebensjahr liefen alle Kinder nackt herum. Auch die Kinder reicher Leute und des Pharao. Danach bekamen die Jungen einen Schurz und die Mädchen Kleider. Das war das Zeichen dafür, dass sie nun keine Babys mehr waren. Mit vier bis fünf Jahren begann für die ägyptischen Kinder der Ernst des Lebens. Die meisten Kinder gingen nicht zur Schule, weil ihre Eltern sie als Helfer brauchten. Sie fingen also schon in jungen Jahren an zu arbeiten. Jungs lernten gleich den Beruf des Vaters, wurden also meistens Bauern oder Handwerker. Die Mädchen erhielten von ihren Müttern Unterricht in Hausarbeit, lernten Nähen oder Bierbrauen und halfen bei der Kinderpflege. Viele Mädchen wurden Dienerinnen bei reichen Leuten, einige auch Sängerinnen oder Tänzerinnen. Es war üblich, dass Mädchen schon mit zwölf Jahren verheiratet wurden. Schulen gab es im alten Ägypten auch. Dorthin durften aber nur Jungs und auch nur dann, wenn ihre Eltern genug Geld hatten, um die Lehrer zu bezahlen. Das waren nicht viele und deshalb konnten nur sehr wenige Menschen im alten Ägypten lesen und schreiben. Außerdem wurden die Kinder noch in Mathe unterrichtet, manchmal auch in Geografie, also Erdkunde oder Religion. Die Schulen gehörten entweder zu einem Tempel oder zum Palast des Pharao. Die Lehrer waren sehr streng. Wer Unfug machte oder nicht fleißig lernte, bekam Schläge. Aber wenn mittags die Schule vorbei war, dann konnten die Kinder mit ihren Freunden nach Lust und Laune herumtoben und spielen. Wie heute legte man Wert auf eine gute Ausbildung. Denn nur wer seine Arbeit gut machte, konnte mit seinem Einkommen seine Familie versorgen. Und wer viel konnte oder wusste, verdiente mehr als andere. Bezahlt wurden die Menschen damals nicht mit Geld. Münzen gab es nämlich noch gar nicht. Sie bekamen für ihre Arbeit Lebensmittel wie Getreide, Öl und Bier oder Kleidung. So hatten sie zum einen die Grundversorgung für ihre Familie. Wer etwas übrig behielt, konnte es gegen andere Lebensmittel, Schmuck oder andere Dinge tauschen. Am wenigsten verdienten Hilfsarbeiter. Am meisten bekamen gute Handwerker, Baumeister, Priester und Ärzte und die Schreiber. Von allen Berufen war der des Schreibers einer der besten Berufe im alten Ägypten. Schreiber waren ihr eigener Chef, denn sie konnten etwas, was nur wenige konnten, lesen und schreiben. Sie hatten die Aufgabe, die Befehle des Pharao aufzuschreiben und dem Volk mitzuteilen. Ihre Hauptaufgabe war es, festzulegen und aufzuschreiben, welche Abgaben die Bauern und Handwerker an den Pharao zu leisten hatten. Sie schrieben ihre Anweisungen auf Tontafeln oder auf Papyrus. Klingt ein bisschen wie Papier, oder? Und genau das war es auch. Eine Art Papier, auf dem die Schreiber mit Tinte, Verträge, Briefe, Gesetze und andere Dinge notierten. Papyrus ist eine Art großes Schilfgras. Wenn man es in Streifen schnitt, die Streifen übereinander legte und mit einem Stein platt klopfte, entstand so etwas wie ein Papierblatt. Die Schreiber beschrieben die einzelnen Blätter und rollten die Schriftstücke auf. Einige dieser Papyrusrollen sind noch heute recht gut erhalten und man kann sie im Museum anschauen. Und unser Wort Papier ist tatsächlich aus dem ägyptischen Wort Papyrus entstanden. Die Schreiber durchliefen eine harte Ausbildungszeit, denn Schreiben zu lernen war extrem schwierig. Die Schrift der alten Ägypter war sehr kompliziert, denn sie enthielt viel mehr Zeichen als unsere Schrift heute. Unser deutsches Alphabet stammt vom lateinischen Alphabet ab und enthält 30 Buchstaben. Jeder Buchstabe steht für einen Laut. Wer unsere Buchstaben kennt, weiß, wie ein Wort ausgesprochen wird. So leicht hatten es die alten Ägypter nicht. Ihre Schrift enthielt ungefähr 800 Zeichen, die man Hieroglyphen nennt. Die meisten Hieroglyphen waren Bilder. Es gab Eulen, Schlangen, Augen, Abbildungen von gehenden oder sitzenden Menschen oder Tieren. Dann gab es noch Kringel, Striche, Dreiecke und andere Zeichen. Sie wurden auf Tontafeln oder Papyrus gemalt oder in Stein gemeißelt. Je nachdem, wie diese Bildzeichen aufeinander folgten, ergaben sich daraus verschiedene Worte. Ein und dasselbe Zeichen hatte aber mehr als eine Bedeutung, was auch von der Schreibrichtung abhing. Man konnte nicht nur von rechts nach links schreiben, sondern auch von links nach rechts oder von oben nach unten. Vokale, also A, E, I, O und U wurden gar nicht geschrieben. Die Hieroglyphen hatten zudem gleichzeitig einen Bildwert und einen Lautwert. So bedeutete das Symbol einer Eule als Bild Eule. Als Laut wurde dieses Symbol M ausgesprochen. Ein Küken war nicht immer ein Küken, sondern konnte dem Buchstaben W entsprechen. Bei so einer Mischung von Bildern und Lauten war es schon für die alten Ägypter schwierig, ihre Texte zu lesen, weil es so sehr viele Möglichkeiten gab, was die Zeichen bedeuten konnten. Für uns war es lange Zeit unmöglich zu verstehen, was auf den alten Tafeln, Wänden und Papyrusrollen geschrieben stand. Denn nach dem Untergang des Altagyptischen Reichs wurden andere Schriften verwendet und niemand konnte mehr Hieroglyphen lesen. Sie waren so etwas wie eine Geheimschrift, die lange Zeit nicht enträtselt werden konnte. Das änderte sich erst im Jahre 1799. Damals fand man in der ägyptischen Stadt Rosette eine Steintafel, auf der Texte in verschiedenen Schriften standen. Oben auf diesem Stein von Rosette sah man Hieroglyphen. In der Mitte entdeckte man eine unbekannte Schrift, die, ebenso wie die Hieroglyphen, niemand entziffern konnte. Aber der untere Teil der Tafel trug einen Text, der in Altgriechisch verfasst wurde. Und diese Sprache kennt man auch heute noch. So weit, so gut. Doch die eigentliche Sensation folgte ganz am unteren Ende der Tafel. Dort fand man nämlich den Hinweis, dass die Tafel dreimal denselben Text enthielt, nur eben in drei verschiedenen Schriften oder Sprachen. Der Stein von Rosette war also so etwas wie ein Wörterbuch. Jetzt ging ein riesiger Rätselwettbewerb los und Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchten, die Hieroglyphen zu entziffern. Doch keiner bekam das hin. Erst 20 Jahre nach der Entdeckung der Tafel hat der Franzose Jean-François Champollion das Unglaubliche geschafft. Er enträtselte die Hieroglyphen. Champollion fand heraus, dass die Hieroglyphen nicht nur Bilder, sondern auch Laute enthalten. So konnte man endlich die Inhalte der Texte verstehen. Die Zeit der ägyptischen Hochkultur ging vor etwa 2000 Jahren zu Ende. Der letzte Pharao des alten Ägyptens war wieder eine Frau. Kleopatra herrschte fast 20 Jahre zu einer Zeit, als die Römer bereits begannen, Ägypten zu erobern. Kleopatra versuchte, sich mit den Römern zusammenzutun. So wollte sie ihre Macht und ihren Staat erhalten. Erst wurde sie deshalb die Geliebte des römischen Kaisers Julius Cäsar. Als er starb, tat sie sich mit dem römischen Feldherrn Antonius zusammen. Als auch er starb, konnte sie sich nicht mehr gegen die römischen Soldaten wehren, die ihr Land einnahmen. Kleopatra hatte verloren. Sie tötete sich, indem sie sich angeblich absichtlich von einer Giftschlange beißen ließ. Ganz bestimmt wurde auch sie mumifiziert und prunkvoll bestattet, aber gefunden hat man ihr Grab bisher nicht. Durch Kleopatras Niederlage und ihren Tod gewannen die Römer die Herrschaft über Ägypten. Das Weltreich am Nil geriet für eine lange Zeit in Vergessenheit. Städte, Tempel und Paläste verfielen und waren für Jahrhunderte im Wüstensand verborgen. Die meisten gräberreicher Leute wurden geplündert, vor allem die der Pharaonen vielen Grabräubern zum Opfer. Die wertvollen Gegenstände, die man in den Pyramiden fand, wurden verkauft oder zerstört. Das einzige Pharaonengrab, das fast vollständig erhalten und nicht von Räubern geplündert war, entdeckte der englische Archäologe Howard Carter im Jahre 1922. Fünf Jahre suchte er nach dem Grab von Pharao Tutankhamun und niemand glaubte, dass er es finden würde. Zu viele Archäologen waren schon an der Suche gescheitert. Im Tal der Könige, wo viele Pharaonen lagen, war schon alles umgegraben worden. Doch Carter gab nicht auf. Er ließ Tonnen von Schutt umbuddeln und abtransportieren und suchte wie besessen. Eines Tages entdeckte er eine Stufe einer in den Fels gehauenen Treppe. Es war die Treppe zum Grab des Tutankhamun. Als Carter drei Wochen später die Tür zur Grabkammer öffnete, war er fassungslos. Der junge Pharao war mit unglaublichen Reichtümern bestattet worden. Und alles war noch da. Ein goldener Thron, über 140 Schmuckstücke und Edelsteine, prächtige Möbel, teure Vasen, vergoldete Truhen. Insgesamt fand Carter mehr als zwei Tonnen Gold. Das war der größte altertümliche Schatz, der je gefunden wurde. Doch das Beste, in dem Grab ruhte noch immer die unberührte Mumie des Pharao Tutankhamun. Vier goldene ineinander gestapelte Holzsärge in einem Sarkophag aus Stein. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. Noch heute ist der Entdecker Howard Carter weltberühmt für diesen Fund, der heute im Ägyptischen Museum in Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, zu bewundern ist. Dass man heute so viel über die Zeit des Alten Ägyptens weiß, verdanken wir Entdeckern wie Howard Carter und weiteren Ägyptologen. So nennt man die Wissenschaftler, die sich speziell mit der Geschichte des Alten Ägypten beschäftigen. Ägyptologen forschen in den unterschiedlichsten Bereichen. Viele von ihnen sind Archäologen, die Ausgrabungen im Wüstensand machen. Sie untersuchen die Überreste von alten Siedlungen, Bauwerken oder Gräbern und deren Inhalte. Anhand ihrer Funde versuchen sie zu entschlüsseln, wie die Menschen in der Vergangenheit lebten. Es gibt aber auch Ägyptologen aus anderen Disziplinen, Schrift- und Sprachforscher, die die Hieroglyphen untersuchen und übersetzen. Denn die Malereien in den Grabkammern und auf alten Schriftrollen zeigen das Leben im alten Ägypten, die Kleidung der Menschen und Gegenstände, die sie benutzten. Die Texte der entzifferten Hieroglyphen schließlich erklären den Glauben der alten Ägypter ihre Gesetze und verraten uns die Namen der Pharaonen. Dann gibt es Theologen, die sich mit der Religion der alten Ägypter beschäftigen, Architekten, die die Bauweise von Häusern und Pyramiden studieren und Mediziner, die Mumien untersuchen und heute herausfinden können, wie alt eine Mumie ist oder woran ein Pharao starb. So finden nach und nach Forscher gemeinsam heraus, wie das Leben im alten Ägypten war. All die Funde zu deuten und wie Teile eines Puzzles zu einem Bild zusammen zu setzen, braucht viele kluge Köpfe und eine Menge Zeit. Und schließlich ist auch die Suche nach Niemand weiß, wie viele geheime Grabkammern, die nicht geplündert wurden, noch unter Ägyptens Wüstensand darauf warten, entdeckt zu werden. Habt ihr gehört, liebe Freunde? Viele Forscher sind notwendig, um die Rätsel der Welt zu lösen. Allein für das alte Ägypten braucht man Ägyptologen und Grabkamologen und Wüstensandologen und Nilologen und Pyramidologen und Mumiologen und alle zusammen sind sie richtig gute Na? Genau, Denkologen, so wie euer Freund Albert. Albert ist allerdings noch etwas ganz anderes. Gerade jetzt ist er ein ziemlicher Müdologe. Oh, Logen, oh, puh, war das eine lange und anstrengende Reise mit Göttern und Mumien und Pyramiden und einem Reiseführer geschrieben in Hieroglyphen den Nil rauf und runter. Und das bei der Hitze. Deshalb ist jetzt mal Schluss. Ende der Reise, Pause mit Brause. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war ganz wunderbar interessant für euch. Ägypten hat die Menschen schon immer fasziniert. Was dort geschah, liegt so lange zurück. Und dann die Pyramiden. Wusstet ihr, dass die große Cheops Pyramide, die übrigens fast 140 Meter hoch ist und vor etwa 5000 Jahren gebaut wurde, sehr lange das höchste Bauwerk der Welt war? Fast 4000 Jahre lang. Das ist ewiger absolut albertastischer Weltrekord. Wollt ihr mehr solcher Sachen erfahren? Ja, dann schaut mal wieder rein und hört wieder zu, liebe Freunde. Ihr wisst ja, ich weiß was und geb euch gern was davon ab. Tschüss! Haha! Oh, jetzt geh ich mal schlafen. 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 Das ist noch schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020